Erhöht Panzer- und Rumpfpunkte. Ah, schön, schön. Wir können noch mehr erforschen. Oh ja, Superbeton-Imker 2. Äh, Superbeton. Geil. Ich hab nur keine Energie mehr, scheiße. Scheiße. Naja. Ist das alles so langsam? Warum hab ich das auf 0.3 gesetzt? Hä? Hab ich doch gar nicht gemacht. Lüge. Der Kuchen ist eine Lüge. So, jetzt warten wir einfach bis kurz vorm Ende und dann machen wir sie platt. Kruppe 1, melde dich. Vorausgesetzt natürlich bis dahin sind wir eineinhalb mal draußen und fahren immer gegen die Wand oder in der Wand rum. Sieht irgendwie lustig aus, ja. Konstruktion abgeschlossen. Das machen sie halt dauernd. Kruppe 2, melde dich. Kruppe 2, melde dich. So, einen Lenser brauchen wir noch. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, ignorieren diese Geräusche bitte. Das war, äh, äh, mein Papagei. Das ist halt so lustig. Und ihr macht mal wieder ja nichts. Ja, geil. Super, ich darf sie schon wieder zur Reparatur schicken. Fählst du alleine zur Reparatur? Naja, tust du mindestens so, ne? Oh, so haben wir so wenige Erfahrungen, was soll's. Geil. Ah, komm. Wann wird mein Kommando überhaupt wieder befördert? Da wird es scheinbar eine halbe Ewigkeit. Egal. Wir haben's heute eilig. Konstruktion abgeschlossen. Oh, Moment, doch haben wir. Und wir bauen noch als Ritz-Forschungslabor. Das bauen wir, bauen wir dahin. Ich glaub, die müssen wir dich bis auf die letzte Sekunde wieder ausreizen. Auf jeden Fall. Keiner bei der Reparatur? Noch keinen verloren. Merkwürdige Sache. Oh, warum gibt's keine Aufrüstung für die Ölbohr-Türme? Noch fünf Minuten. Oh, warte mal. Ich kann Gebäude auch in die Luft springen. Vielleicht bringen wir's ja auch Erfahrungen. Keine Ahnung, ich mag's einfach mal. Apropos, wie spät ist überhaupt? Halbe Einsel. Naja, geht noch. Geht noch. Oh, oh, oh. Das ist bloß noch die Mission gewinnen. Nein! So, wo hab ich jetzt gespeichert? Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich hab's mir nicht gemerkt. Da. Nur nicht die Mission gewinnen, ja. Genau. Missionstimer aktiviert. Okay, nochmal. Gruppe 2, meldet! Hier braucht noch das Forschungslabor. Ich soll jetzt doch in die Luft jagen. Ja, genau so und... Feindliche Ba... Ihr müsst immer gleich übertreiben, oder? Muss denn das sein? Missionstimer aktiviert. Okay, dann machen wir das anders. Jetzt fahrt er da runter. Jagt das noch schnell in die Luft. Ich soll einfach zusammenfallen, wie so Pappschachteln. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Und jetzt muss ich's noch aufrüsten. Geil. Geil. Ah, ihr Sch... Heiß Mucken da. Verpisst euch endlich. Hm... Stunden später. Brauche zum Glück nicht. Ah, da unten ist... Ah, man kann sich das auch anschauen, was es an Energie braucht. Hartbetonmauern? Habe ich nicht bessere Mauern? Oder heißt die immer noch Hartbetonmauern? Egal, was für gute Mauern ich erforsche. Nein! Doch! Hä? Nein! Doch! Verdammt, wie ging's weiter? Scheiße! Ah ja, genau! Nein! Doch! Oh! Soll jeder kennt. Wer's nicht kennt, ihr habt was verpasst. Und wenn wir schon sinnlos dabei sind, irgendwas zu bauen, da unten... DB-Turm. Da an die Kante hin. Und ich kann noch mehr erforschen, dass ich mir nicht leisten kann. Geiiiile Scheiße. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, meine Einheiten. Sind vielleicht ein bisschen wenig, aber... Ja... Naja, man muss ja nicht immer das Einhalten-Limit bis zum Gehen nicht mehr ausreizen. Bin ich überhaupt noch auf Beschleunigung? Nein! Besch... Upsala... Beschleunigung! So... Hier brauchen... Ha, das schafft man locker. Schaffe ich ihn. Einer Minute, wenn's sein muss. Ja doch, ich muss hier nur noch hinfahren, das Ding in die Luft sprengen. Das ist jetzt nicht so der Aktion... Systemforschung abgeschlossen. So, dann fahr ich jetzt noch mal da rauf, reparier den Turm hier oben. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ja, 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 ja. Könnt nichts weiter erforschen, schade. Was hab ich denn erforschen? Systemforschung abgeschlossen. Äh... Ist das... Ach, das ist jetzt für mobile Einheiten oder wie seh ich das? Seh ich das richtig? Seh ich das richtig? Ja! Hm. Wow! 2.560 Reichweite! Okay, bau ich nicht. Der wird wahrscheinlich auch für irgendwas gut sein, aber... Nein! Kann ich mir momentan eh nicht leisten. Ich hab nur... Null! Achja, die Forschung verbrauch ich deswegen hab ich so wenig. Noch zwei Minuten! Ja, ich brauch nur noch eine. Nicht einmal eine. Ich muss nur hinfahren, das Ding. Krumm angucken, dann fällt's auseinander. Ich reparier erst mal wegen die Basis alles mal so wenig. Alles wegen neu anstreichen und... ...mal ne Glühbirne austauschen. Wie weit sei denn mit reparieren? Da muss noch was repariert werden. Sonst eigentlich... Nö, sieht alles noch gut aus. Das ist doch noch gut! Tu das nicht, dass das hier so rumoxidiert? Mein Seiten-Eingang? Kruppe 1, bildet! Kruppe 2, bildet! Eine Minute! Oh! Jetzt soll ich mich langsam beeilen. Naja, speichern wir erst mal. Ja, repariert das auch noch mal. Aber hier müsste mal repariert werden. Okay. Was macht die Forschung? Kruppe 1, bildet! Es läuft, läuft! Ja, ob der noch fertig wird, bevor die Zeit um ist? Nee. Nee. Ich glaub, das schaff ich nicht mehr. Oh, ihr könnt doch wegen Einheiten zermetzeln. Ja, genau. Und schnell das Ding doch verschwören. Schnell, schnell, schnell! Feindliche Basis ausgelöscht. Forschung abgeschlossen. Sie wurden besiegt. Mission fehlgeschlagen. Kein Kommentar. Das passiert, wenn man zu lange wartet. Missionstimer aktiviert. Okay. Wir fahren einfach so jetzt hin da und machen alles platt. Dann wäre die Forschung eben nicht fertig. Mir egal. Witzig sowieso nicht. Ach, da ist der Turm. Na komm, vernichtere das Ding mal. Feindliche Basis ausgelöscht. Mission erfolgreich, komm. Missionsziel erreicht. Puh. Schwierig, schwierig, schwierig. Speichern. Oh ja, sowas von. Harte Gegner, harte Gegner. Aber ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so. Missionsbesprechung beginnt. Unser Transporter mit Einheiten von der Alpha Basis wurde abgeschossen. Er ist an dieser Stelle abgestürzt und wird von Einheiten des Kollektivs angegriffen. Stellen Sie ein Rettungsteam zusammen und bergen Sie den Transporter und seine Fracht. Missionstimer aktiviert. Oh, die schießen das Häusle kaputt. Okay. Okay. Oh, ich hab wieder eine halbe Stunde. Naja. Better... Missy... Bitte... Team... Mission 2! Von, ich glaub, 10 oder 9. Nein, 9 war, glaub ich, dann das Gamma-Team und das waren... 10? 11? Keine Ahnung. Ja, ganz klar. Euch lade ich ein. Okay, Moment. Ihr fahrt jetzt erstmal alle daher und ihr fahrt daher. Nur um sicher zu gehen, dass ich... Ja, das sind genau 10 Einheiten... Nein, das sind... Scheiße, das sind dann ja... Mist. Ah, ja. Super Beton MK3. Leider wird nicht mehr angezeigt. Aber egal. Ihr... Ihr fahrt mal da, weil ich zur Seite... Seid ihr bis bald mal alle drin... Fahrt da mal alle rein. Ja, und zwar der Commander drin ist, bleiben sie stehen. Wie geil ist das denn? Huah, ist weg! Ey, Jungs! Chef, schaut euch mal zu! Komm, wir machen Feierabend! Geile Idee, Junge! Passen nicht alle da rein, oder? Nein, einer bleibt auf jeden Fall zurück. Ja, einer wird zurückbleiben. Äh, was? Moment. Oh, ich kann noch mehr erforschen. Oh, gehärdere Materialien. Gebäudelforschung abgeschlossen. Mit Panzerung und Rumpfpunkten. Habe ich das nicht schon mal erforscht? Oder ist das noch eine Verbesserung, eine Verbesserung? Oder muss ich jetzt einfach alles neu erforschen? Ich muss wahrscheinlich alles neu erforschen, ja. So baut man eine Mauer, so! Und nicht anders. Rot gibt Ihnen Radardaten, Orange gibt Ihnen Radardaten, hey? Oh nein, spätet rein! Pff, muss ich natürlich wieder neu zuweisen, war ja klar. Bist du auch zugewiesen? Ja. Okay, 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 okay. Oh, wir kriegen keine Verstärkung mehr. Geil, hätte ich doch was zum Reparieren mitnehmen sollen, ne? Pff, Blödsinn. So einen Loser brauchen, hm? Ich hab gespeichert, ne? Ja. Ja. Ja, gut. Komm mal an, der ist schon ein Geförder da. Sollte das schaffbar sein. Trotzdem eine Verstärkung lieber. Obwohl, bei der reich war, die sie inzwischen haben. Hm, ob das was wird, ob das was wird? Ach komm, jag das Ding in die Luft. Boah, und nein! Das sind doch alle so eingestellt. Das bringt doch hier nix. Scheiße. Fehler gemacht, fuck. Geil, ich hätte was zum Reparieren mitnehmen müssen. Geräusche. Z capsnach